Für den Inhalt des folgenden Wahlwerbespots ist die Partei verantwortlich. Deutschland ist wunderschön, denn ein Land ist immer mindestens genauso schön wie seine Bewohner. Und wir Deutschen, wir sind einfach wunderschön. Die freiheitlich-demokratische Partei FDP ist ebenfalls wunderschön, denn ich bin die Partei. Und ich war schon als ganz, ganz kleiner Drei-Käse-Hoch wunderschön. Und damals, da hatte ich eine Offenbarung. Damals sprach eine Stimme zu mir. Sie sagte, Guido, du musst dieses wunderschöne Land und die schönen Deutschen retten. Den einfachen Arbeiter, der in die Zwickmühle von Jobstress und Zukunftsangst geraten ist. Den Existenzgründer, der nach einem brutalen Eierlauf durch die Instanzen vor einem Scherbenhaufen steht. Und die Mutter, die immer unbarmherziger an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird. Du musst aber auch den Jugendlichen retten, vor all dem Unterrichtsausfall und seinen gefährlichen Folgen. Nichts davon habe ich bis heute geschafft. Egal, ich habe mir trotzdem goldenen Arsch verdient. FDP, damit Guido seinen goldenen Arsch verhält.